Pfff! Wow! Hey! Wo soll ich noch beginnen? Was? Okay. Also... ...nuralsen... Hmm... Okay. Also, ähm... Endo und ich... Endo und ich standen kurz vor unserem ersten Jahrestag. Und das wollte ich nicht. Ich wusste, dass ich kaum erwarten konnte. Meine Hand anzuhalten, ich hatte gearbeitet... ...und das ist für dich. Ich hatte nämlich an, damit kleine Andeutungen zu machen, weil ich wusste, eh, wenn ich den Schneid zu fragen habe. So ist das aber eigentlich nicht... ...abgelaufen. Nein. Nein, ich meine, ich habe diese ganzen Andeutungen sehr wohl mitgekriegt. Diese Frau so duktiere wie einer Knack an. Nein, wovor ich am meisten Angst hatte, war, dass ich mir eine Schachtel finde. Oh, die Ecoparschachtel, die er gebastelt hat. Dafür hat er entspricht in seiner Kleinsbereitung und ist erst 50 kleine Bilder ausgeschnitten. Die ganzen Schachtel ist damit gekriegt. Oh, die ist so wunderschön. Ich habe also diese Herzanalyste Schachtel ausgemacht. Und da waren ganz viele kleine, hart aufgeschnittene Konzepte, die hatten aus uns. Und als die weg waren, kam ich hinein und sah den Atem darauf, die zu zetteln. Dort von gar nichts. Kein Ring. Kein Ring? Was? Nein. Nein. Stattdessen war unser Schachtel. Er steckt unter dem ganzen Müll. Ein kleiner, abgeschriebener Zettel. In der Presse eines Hotels. Uhrzeit und Datum. Wenn ich da noch für Wohrwert nur mal wissen muss. Männlich. Jedenfalls. Natürlich hat Marguerite gesagt das. Ich hatte das, dass er mich betrübt. Ja. Und furchtbare Zeit für mich. Aber? Ich bin zu dem Hotel gefahren. Ich bin hingefahren und hab an die Tür gehämmert. Aber die war gar nicht abgeschlossen. Ich stand mit also, sprach vor die Tür. Und da war er. Steh. Knie. Die einmal. Und er unterdrückte Krampfen. Ansonsten, das gewinne. Als er die Träume zurückhalten und wieder atmen konnte, sagte er zu mir. Marguerite, wirst du mich heiraten und wieder wieder? Und das war's. Er hat Hunger. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Großartig. Du bist ja so freundfüllig. Ich bin ein bisschen fertig. Ihr zwei Doppeldeutschen. Wir wollen ein Fasselig. Wir sind die einmal. Hört auf, bitte. Ja. Komm schon auf den Boden. Okay. Na schön. Na schön. Dann mal los. Was war das denn? Ich ziehe auf den Mond. Und zwar über Toll. Schönen. 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 Okay. Gibt mir einen riesigen Kuss. Echt. Untertitelung des ZDF, 2020